Musik Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, zurück bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Magoffs und Ninja von ihrem 93 Chobo. Wir sind auf dem Weg, unseren Meister zu töten. Achso, da, so geht das. Da! Das waren aber Doppel-Overkill hier. Mein lieber Scholli hier. Da kann sich Pikachu noch eine Scheibe abschneiden. Ich hätte nicht nach dem Zug schauen sollen. Okay, aha. Gut. Aber wo soll ich lang? Nein, zurück! Da, das war knapp. Wo soll ich weiter? Moment, Weitsicht! Hier. Gar nicht nirgends weiter. Da. Mein lieber Scholli, das ist so... Das ist viel zu gefährlich hier. Nein! Äh, vom Zug überrollt. Gut, jetzt bin ich wieder hier. Na warte, wie viel, wie viel haben wir denn da oben? Wir haben einen und der kann, und die kann mich entdecken. Ich versuche mein Glück. Haha. Ha! Im Wannstrang versteckt. Wer hat Angst vor dem bösen kleinen Ninja? Du vielleicht? Haha! Oh, verdammt! Das ist doch gemein, die können mich einfach so zerteilen. Haha! Ja, komm doch! Hot Rocker! Spüre meinen Drehkick! Ausgeschaltet! Ha! Okay, das Züge kann ich vergessen. Welche Züge habe ich denn noch? Schhh! Na warte, dich lasse ich hier in Ruhe. Du bist schon gemein, Schumia. Da oben haben wir einen Stocker. Und da unten können wir wohl lang. Ist jemand da oben da oben? Nein! Ja! Ich bin weg! Oh, Schriftrolle! Hot Rock! Drehkick! Haha! Hä, die letzte, das ist die letzte Rolle? Mann, wie viel habe ich wohl übersehen. Oh, kommt einer raus? Na warte. Komm zu Papa. Komm! Haha! Oh, habe ich das da rückgäuert? Du hast so Töten vermisst. Hä, wa... Ach, das war eine Halluzination! Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Das meinet ihr damit also? Na? Okay. Achso, ich soll drei innerhalb von 15 Sekunden töten. Das ist aber eine schwierige Herausforderung. Ist hier jemand? So, die Stromkabel sind aus. Wofür jetzt? Jetzt kann niemand mehr Pay-TV schauen. He, he. Na warte. Keine Ahnung, was mit der Kamera-Kaut los war. Ich habe einfach mal... Ich habe einfach mal reaktionsweise da gedrückt. Und es hat anscheinend funktioniert. Okay, jetzt weiß ich... Schade. Ach, wo? Kann ich ihn erwischen? Ah, nein. Kann ich leider nicht. Boah! Hahaha! Galgenhumor! Ah, sie haben sich galgen... selbst getötet. Haha! Hahaha! Mein teuflischer Plan ist aufgegangen. Kann ich mich da vielleicht rein teleportieren? Das ist mal die große Frage. Ich kann mich tatsächlich in Verstecke rein teleportieren. Na, ist es nicht, Goyle. Ah, da haben wir einen Sniper. He, he, he. Na, wer findet den kleinen, lieben Ninja? Na, na, du, da, du. Vielleicht aber auch keiner von euch beiden. Entdecke mich nicht. Ich bin nur Abfall. Nein, wenn ich das tue, dann verstecke ich ihn im Müllwagen. Und verlasse mein Versteck. Gut. Solange der Stalker in... Ich kann, darf nicht in den Radius des Stalkers gehen. Wobei... Nein, falsch. Obwohl, vielleicht ja doch. Zack. Ah, verdammt. Jetzt hat mich der Sniper erwischt. Okay, dann halt das Ganze nochmal von vorn. Weil es so viel Spaß macht. Da. Und. Nein, nichts. Aha. Komm zu mir nach oben. Lass uns ein bisschen abhängen. Moment mal, war das nicht einer von unseren Männern? Dios mir, was habe ich getan? Da, verdammt. Geronimo! Na? Gehen fort mit mir! Ah, jetzt habe ich der andere Sniper erwischt. Aber jetzt bin ich hier. Das ist gut. Was ist der Fett? Wer fällt denn da im Hintergrund? Okay, es gibt einen Moment, wo er mich nicht erwischt. Nämlich hier. Vielleicht kann ich mich hinter ihn teleportieren. Nein, das geht leider nicht. Ich kann mich an die Tür teleportieren. Und! Haha. So geht das hier. Au! Das war neu. Warum hat mir mein Meister nichts davon erzählt? Gut. Einmal knock-knock an die Tür. Türe zu. Ihr seid unerwünscht. Gut, wo geht's weiter? Der längste ist eine Falle. Alles klar. Ist das ein Stalker? Oder? Moment. Ich schaue mal meine Sicht. Ah, sehe ich leider nichts. Da! Versteckt dich? Zum Glück habe ich... Ah, ich habe meine Pfeile nicht mehr. Verdammt! Ich glaube, ich hätte mir doch einen anderen Stil aussuchen sollen. Hartzok! Haha! Weg mit dir! Und weg mit mir! Wir sind zurück. Nicht viel von einem Hauskirchen, ist es? Nö, würde ich nichts behaupten. Es ist Zeit, um seinen Augen zu konfrontieren. Oh! An dieser Stunde der Nacht. Er muss in seinem Garten sein. Wenn das sei und stelle dich ihm! Ja gut, was ist das eine? Töte Geräusch aus einem Verstecker raus, nachdem er mit abgeklettert reingegangen ist. Ne. Ich denke, diese Sachen kann ich vergessen. Also jetzt während dem Spielen, während dem Let's Playen, weil da muss ich mich einfach zu sehr konzentrieren. Gut, das ist, glaube ich, das ist leicht zu machen. Okay. Einmal hier. Oh, die Maske bewegt sich. Georg! Oh, tschak! Haha! Na, hat mir das nicht gefehlt. Moment, du kommst hier rein. Ah, ich hätte ihn auch einfach mit dem Gong ablenken sollen. Naja, dafür gibt dir das Spiel einem die verschiedenen Wege vor. Okay. Tschhhhhh. Natürlich. Sie locken das Spiel. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gibt es einen Schuss im alten Dojo, der diese Türen öffnet. Im Dojo? Wo ist denn das Dojo? Da unten müssen wir hin. Okay. Okay. Wow! Dude, hast du das gesehen? Der eine hat den anderen einfach so ausgeschaltet. Du hast da mal geblinselt und dann hast du es verpasst. Ui, 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 ui. Hm. Danke für die Blumen, mein kleines Gespenstergesicht. Äh, Vorsicht! Ah. Takian! Hm. Wie mache ich das? Ich hätte nie eine Idee. Da! Oh, verdammt. Ich wollte eigentlich das Licht hinter ihm ausschalten, um mich dann hinter ihn zu teleportieren, um dann in die Klappe rein. Ah, jetzt hat er mich auf dem Kicker. Ja, du hast mich sowas von nach dem Kicker, du blöde Elite-Waffe. Du weißt, bist du eine Elite, um ein Arsch zu sein? Entschuldigung, aber das muss wirklich sein. Ja, sowas von nach dem Kicker. Okay, warte, 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 warte. Dreh dich um. Dreh dich nicht um. Dreh dich um, okay. Ah, ich kann das hintere... Wie mache ich das? Geronimo? G-g-g-g-g-g-g... Ah! Ah! Geronimo, Geronimo, Geronimo! Oh, was? Hä? Hä? Der ist mir aus dummisch erschreckt. Na warte, meine Wut muss ich jetzt an jemanden auslassen. Oh, komm zu Papa. Komm zu Papa. Na, 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 na. Komm zurück. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ja, schau mal. Eine herumtreibende Spinne. Nee, hätte ich gedacht, dass ich lieber eine Spinne sein wollte. Ich hätte mich vielleicht doch für einen anderen Stil entscheiden sollen. Ich bin aber, glaube ich, auf dem richtigen Blick. Alles klar. Warum vibriert man keinen Controller? Ist etwa die Batterie langsam leer? Wahrscheinlich haben wir Halluzinationen und deshalb... Ah, verdammt! Verdammt! Dreckig! Wir sind im Ballett, im Ninja-Ballett. Lauf, du, lauf! Oder du bist getötet. Wir haben hier nie gesagt, dass wir Studenten waren. Erinnerst du diesen Test? Nein. Die Statue hält die Laufzeit und du musst die Erinnerung finden. Ich muss also einen Weg finden, dass die Statue das Schwert loslässt. Na toll. Äh, Moment! Aha! Die beiden Gesichter sind der Schalter. Das heißt, die Lichter müssen... Ich muss die... Auf die beiden Masken müssen Lichter treffen. Oh, sind hier viele wachen. Okay, was macht der Schalter? Okay, der Schalter löst die Falle aus. Also, den sollten wir nicht touchy-touch machen, sonst sind wir todi-todi. Komm, so Papa! Ah! Das hast du gehört und das war auch das Letzte, was du gehört hast. Ab mit dir! Ta-ta-ta-tam! Na? Komm her! Komm, zu Papa Gio, wo kuscheln! Klack! Okay, jetzt haben wir ein Licht angemacht. Es ist klar! Naja, Clear würde ich anders bezeichnen. In deinem Fall bist du Clear tot. Hm. Ah, gut. Jetzt kann ich den ausschalten. Haha! Das wird ein Kinderspiel. Georg! Oh, schack! Und im Flug das Licht ausgemacht. Klack! Gut. Und die beiden Hebel betätigen wahrscheinlich die Lichter. Leiser, aber tödlich. Genau wie meine Fürze. Ah! Nein, nicht hier drin bleiben. Aber der sieht so aus wie eine der normalen Ninjas am Anfang. Heißt das, wir töten unsere eigenen Gesellen? Ach, überkreuzt. Okay. Verstanden. Äh, na. Drücke und, äh, nach rechts rennen. Alles klar. So. gib mal das Schwert. Tatatatam. Oh, verdammt. Was sollen die ganzen Stork hier drin? Das ist Teil des Testes, too. Die Tür werden auf ihren eigenen nach ein paar Minuten öffnen. Halt einfach. Äh? Jetzt sind wir hier drin. Nein, 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 nein. Das ist doch gemein. Ah, welche Tore? Wo sind die Tore? Das war kein guter Augenblick, um zu fliegen. Das will mir nicht gefallen. Ich hasse es, unter Zeitdruck zu stehen. Ich hasse Zeitdruckssachen. Wo geht er hin? Kommt ihr her? Und der kommt da her? Der kommt da her. Und der kommt da her. Der kommt von überall. Wo war noch mal der Ausgang? Wo war noch mal der Ausgang? Wo war noch mal der Ausgang? Folget mir nicht! Oh. Da! Sie sind immer noch auf dem Kicker! Iiiiihihi! Weg, weg, weg! Hä? Komm schon, wo geht sie raus? Oh. Tut das nie wieder mit mir. Außerhalb des Gartens. zwischen uns und dem Designen. Nix mehr im Wege, meine Damen und Herren, dann werde ich hier den Part beenden. Das große Finale von Mark of the Ninja steht kurz bevor. Mein Herz hat langsam so einen Herzkrassballer. Wie gesagt, ich hasse Zeitdruck. Zutiefst. Also, falls Ihnen dieser Part gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein. Beim möglichen Finale. Ich sag mal, lieber möglich. Nicht, dass uns doch noch ein Level bevorsteht. Wer weiß, wer weiß. Ihr 93 Chobo, I love to entertain you. Tschüss and goodbye. Ah ja, und kurze Anmerkung. Ja, ich fiele hier oft, aber ich bin halt ein kleiner Hasenfuß. Ich kann nicht immer Stealth-Kills machen. Das ist nicht immer mein Fall. Also, Tschüssi Kowski.